Yo! Hi Leute! Was geht ab? Ich bin hier auf der Yamaha XSR 700. Da steht es. Es ist eine 700er Maschine. Und zwar habe ich ja jetzt den ganz großen Führerschein letztens gemacht. Ein paar von euch haben es vielleicht auch auf Instagram gesehen. Also wer uns da noch nicht folgt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da bleibt ihr mal auf dem Stand, falls gerade mal vielleicht kein Video von uns kommen sollte. Link dafür ist natürlich in der Beschreibung. Dieses Bike hier werden wir jetzt testen in den nächsten Wochen. Und auch nächstes Wochenende, also das was jetzt kommt. Erste Mai-Wochenende werden wir im Winterberg sein. Da werde ich das Motorrad dann nochmal auf Schräglage testen können. Schließlich ist hier am Platten-Niederrhein, wie man sieht, kein Berg vorhanden. Außer vielleicht ein Müllberg oder so. Aber deswegen. Das Bike wird jetzt getestet und ich wünsche euch viel Spaß mit der Testreihe. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zu dem Motorrad, was wir genauer zeigen sollen, testen sollen. Schreibt uns da auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr unbedingt sehen wollt. Bis dahin Leute. Hau da rein. Bleibt da geil. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020